Wir haben einen Raketenwerfer. Wir wartet noch eine Zone ab. Achso, ne, es sind nur noch vier. Die müssen da eigentlich kommen. Sollen wir uns die Vorratskiste da vorne holen? Ja, können wir. Boah, mein Magen. Jetzt mach es doch auf! Würdest du ein Sturmgewehr haben? Nein, kannst du nicht. Hä? Die sind durch die Zone gestorben. Also, so ein episches Sieg hatte ich noch nie, Kai. Wie mach ich das? Ich komm nicht mehr raus, ich kann nicht abklatschen. Ja, das ist vorbei. Lass doch mich einfach ein Stich da stehen. Ja, das ist gar zu langsam. Also, so ein Sieg hatte ich noch nie. Ja, das sollten wir hochladen für den Kevin, he? Sankal, wir hätten sagen, wir haben die rasiert. War im Moment nichts passiert. Ja. 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 Ja.